Ich bin völlig begeistert. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich auch zu bewerben. Das sind inspirierende Ideen in unterschiedlichen unternehmerischen Stadien. Also einige sind noch am Anfang, andere sind schon sehr weit entwickelt. Also was da an Kreativität herrscht, an persönlichem Enthusiasmus, ist für mich heute ein echter Motivationstag. Auch wenn man es nicht hören kann, wahrscheinlich jedenfalls, ist es so, dass es immer mehr Digitalisierung geht, also immer mehr um Online-Kundengewinnung. Das Thema Honorarberatung spielt eine zunehmend große Rolle. Aber ich glaube, was bei den Menschen eine große Rolle spielt, ist, dass diese Befähigung, eine Life-Work-Balance hinzubekommen, also zwischen Leben und Arbeiten eine richtige Balance zu bekommen und deswegen unternehmerisch tätig zu werden, die ist ausgeprägter als vor neun Jahren und das finde ich hochsympathisch.